So lässt man sich feiern, wenn viermal 100 Spiele absolviert sind. Es war ein bewegender Moment am gestrigen Abend. Kerstin Tscherlich, Libera des Dresdner SC, wird geehrt für ihre sportliche Karriere. Wenn man so Revue passieren lässt, was in den 400 Spielen alles passiert ist. Und das sind ja nur die Bundesligaspiele, es sind ja keine internationalen und keine Pokalspiele dabei. Also es ist schon eine ewige Zeit, die ich hier spiele und man kommt sich einfach nur alt vor. Eigentlich noch ganz frisch, hier sogar mit Ballberührung. Gespielt hat sie auch, aber nur ganz kurz. Ansonsten hielt Tscherlich sich an der Seite warm. Es ist weiterhin das Knie. Knorpelschaden. Die DSC-Mädels in Rot mussten ohne sie auskommen. Eiskalt in drei Sätzen. 25 zu 14, 25 zu 11 und 25 zu 21. Klare Sache gegen den VCO Berlin. Sieg und danke. Kerstin Tscherlich sagt Tschüss an alle. Womöglich sogar für immer, denn das Knie ist lädiert. Ob das noch was wird, ist mehr als fraglich.